Hallihallo, herzlich willkommen in der wunderschönen neuen Folge von Civilization Billion Earth. Lange, lange, lange haben wir das nicht mehr gespielt letzte Woche. Habt ihr es ja mitgekriegt, dass es ein kleiner, äh, ausgefallen ist. War aber leider bedingt dadurch, dass ich relativ viele Termine hatte. Und ich auch jetzt eine Beschäftigung gefunden habe. Beziehungsweise eine... Entschuldigung, ich habe wichtige Informationen für Sie. Ja. Das da oben, das gefällt mir nicht. Die Intrigsstufe ist zurückgegangen. Danke. Äh, wir haben eine Quest. Nahrung, Produktion. Agent ist angekommen. Gut, dann machen wir... Oh, wir brauchen unbedingt Firewaxes. Also hier unten das, ja. Ja, 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 ja. Wir wollten ja auf Serik oder auf... Konet... No... Na, einen Angriff machen. Beziehungsweise eigentlich auf Serik gleich. Dann lass mal mir das mit... Oh, warte, 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 warte. Gut, Friedenvertrag ist abgelaufen. Anfangzug. Äh, wohin bist du? Du wirst dann bestimmt hier runter. Ein Zähnonschwarm. Kann natürlich auch hier runter. Ist natürlich alles nicht schlecht. Was haben wir hier hinten? Ah, okay, okay. Ähm, die Erkunder, die Erkunden da nämlich ein bisschen. Alles so seine Vorteile. Äh, Kavita Takua. Das ist ein Kavita Takua. Das ist doch nicht... Der, oder? Wir sind bursche. Äh... Nein, das ist der nicht. Ich glaube, der... Nein, 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 nein. Der wahrscheinlich. Ah, die, 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 die war's, genau. Gut, die war's. Ähm... Wir brauchen was mit Gesundheit. Äh, ich würde sagen... Jetzt wollen wir, jetzt wollen wir eigentlich... Jetzt wollen wir, jetzt wollen wir eigentlich... Können wir eigentlich... Können wir eigentlich... Einfach einen Bautrupp wegnehmen. Bautrupps kann man nämlich nicht genügend haben. Widerstand. Genau. Bonus. Hallo. Ich möchte einen Bonus haben. So, auf die Stadt, bitte. So, hier runter, bitte. Und du, bitte, äh, dahin. Genau. Du kannst... Du nehme ich. Eine Kuppel. Ah, okay. Komm. Du automatisierst dich. Du... Mach's. Da ist dahin. Genau. So machen wir das einfach. Ganz einfach. Ah, das ist blüht. Das ist mit dem Time. Schwimmelstein behalten wir jetzt selber. Äh, no. Okay. Veteran-Status erreicht. Genau. Ja, was denn hier? Sonnen-Kollektor. Genau. So. Das ist natürlich doof, gähnt. Das ist jetzt hier. Ähm. Aber wir können hier... Produktion dann einnahmen. Beziehungsweise... Okay. Minus 34 Gold. Minus 34 Gold. Wir können hier. Wir können hier... ... ... Operationen wählen, Energie abschöpfen. So, eindringen, genau, Einheit benötigt Befehle, komm, greift trotzdem an. Produktion ändern, ach, das ist doch doof, ach, die Stadt ist, äh, mh, kommt ein jünger auf hier unten, so, ja, das sind natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Die sind echt mega stark. Okay. So, dann das, und da machen wir auch elf. Elfen, Elfenergie, das ist natürlich recht blöd, weil der hätte jetzt den nämlich ganz gut abfangen können. Natürlich auch alles, äh, naja. Und minus 24. So, auf jeden Fall machen wir das mal so eine Runde. Genetik ist nur Chemie. Chemie ist nur ein Werkzeug. So. Und ein Werkzeug ist immer nur so nützen. Ja, 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 und Chemie, Chemie ist Chemie. Und eine, ja. Und eine. Und eine. Und eine. Säge aktualisiert, ja okay, haben wir wohl ein bisschen da, haben wir ein kleines Problem. So, haben wir ein kleines Problem. Da haben wir öffentliche Strukturen, so, wir nehmen hier Kampfanzug, du bist ein jünger, wir sind ein ganzer Soldat, ich komme jetzt niemals so schnell rüber. Na klar. Ja, ist klar, da war doch, da war doch halb tot. Er war doch halb tot. Oh, warte mal, äh, Frieden verhandeln. Gut. Jetzt haben wir erst mal Frieden. Äh, war natürlich, äh... Eine Questentscheidung. Ist, äh, ja. Nicht so gut, äh, 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 fehlkrieg war da. Äh, äh, ohne Harmonie gibt's keine Erleuchtung. Ja, 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 ich weiß, dass ohne Harmonie keine Erleuchtung gibt. So, ein jünger, hier runter. Äh, Handelskonvoi, auf jeden Fall, da sind's zwölf. Stein in mir ist natürlich nichts, gell. Aber nehmen wir zwölf. So, äh, Biolabor, komm, Alienreservat erst mal. Das ist jetzt mal ein bisschen wichtiger, ja. Meine Robots, die... Da wären wir mal minus... Minus zwölf. Überlegt euch das mal, minus zwölf. Hier unten verbleibend. Äh, ist natürlich auch nicht so gut. So, ich muss unbedingt hierher. Die ist auch ne wunderschöne Art Hallerie, die kann auch unbedingt hierher. So, ist zurückgegangen. Ähm... Ja, die gehen's schnellsten. Ich... Malerweise müsste dieser... Ja, von irgendwelchen Jüngern. Rein theoretisch schon. Das ist Miyazama, das ist natürlich, äh... Wie heißt das? Miyazama. Ja, genau, Miyazama. Ich könnte auch Lava nennen. Wäre noch genialer. Hier ist nämlich das Phyrax... Phyraxid. Phyraxid. Ähm, Produktionsänderung, Erkunder. Äh, Quatsch, nicht Erkunder. Äh... Der Kolonist, sieben Runden. Schaffst du sieben Runden. Dann kannst du nämlich hier runter. Und gründest einfach hier... Hier mittendrin der Stadt. Genau hier daneben. Wäre so genial. Kein Hande. Komm, sit und speak. Oh, dann halt nicht. So. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Nennt man das immer. 14 Saisonzeit. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Können nämlich die Städte weiter wachsen. Vor allen Dingen... Vor allen Dingen diese Stadt. Ähm... Bautrupp nicht. KDNR. So... Achso, Dungu könntest Bereitschaft machen. Genau. Dungu heißt ein Operation. Klaus am besten in Technologie. Wenn du das hinkriegst. Wenn du das hinkriegst. Also dieser... Dieser Krieg, der war echt... Banal. Sag ich mal. Auch nicht so gut. Nicht so schön. So. Einheit wurde getötet. Gut. Dir... Kann er ja hierher. Dann würde ich doch lieber hier das Conecho hier... Hier... Erstmal... Du bleibst hier. Du gehst hierher. Du guckst, was sich hier bewegt. Hier sehe ich, äh... Eine Weiber. Einen Streiter. Eine Weiber. Was war eine Weiber? Eine Weiber, eine Weiber. Genau. Ein Hydra? Was? Äh... Kampffahrzeug war das. Ach hier. Harmonie. Alter Schwede. Gut. Eine Weiber, die... Gehen richtig... Krass auf Harmonie. Ist natürlich ein bisschen... Das ist mir der Sama. Da nicht. Gut. Einheit bin ich Befehle. Gut. Du auch. Du auch. Ja. Äh... Eine Weiber. Äh... 14... Ist natürlich... Wird in mehr als 99 Runden produziert. Okay. Du bist ein bisschen... Komisch drauf. Ich will nämlich keinen Schwerpunkt. In einer Runde. Perfekt. Alter, die Stadt, die ist so stark. Da ist die nichts dagegen. Stufe 7, Reinheit. Genau das, was ich will. Genau das, was ich nämlich will. So. Stufe 7, Reinheit. Dann will ich... Gucken... Wo ich ein bisschen Energie kriege. Robotik. Autonome Systeme. Produktion. Optische Chirurgie. Produktion. Gengarten. Äh... Ach, Kutsch. Geothermie. Die behalte ich jetzt alle selber. Ja. Gut. Okay. Ihr Verhalten beruhigt und... Entschuldigung. Aber ich will, dass auch das Pfeirurgs ist. Und ich mach schon wieder hier meinen... Da. Gut. Hier oben die zwei... Der hier... Da oben wieder tot... Ah, ja, gut. Kannst du irgendwie hierher... Bescheid... Auf ne Grenzen... Und dieser Kolonist... Geht jetzt seine Wege... Und zwar hierher... Und gründet einfach... Kurzfrecht die Stadt... Weil da hab ich ja endlich mal... Phyraxit... Enemy... Okay... Keine Ahnung, was das wieder bedeutet... Wirklich... Geheimagent getötet... Ein oder ein... Gehara hotten... Ach, du willst mir davon offene Grenzen geben... Nein... Mann... Du bist schon viel zu stark... Vorrażenie wymagaet... Najlichajszego Geroizma... Vorerst... Da ist ein Geheimagenten... In meine Stadt reingesetzt... Das gibt's nicht... Das dulde ich nicht... Und dann würde ich sagen... Wartet erstmal für diese Folge... Ähm... Wir sind mal gespannt... Ob man hier den Kolonisten... Einfach hier hinsetzen können... Ich weiß gar nicht... Wie viele Runden der braucht... Bis dahin... Upsala... Weiche... Weiche Runde... Äh... Fünf Runden... Okay... Das sehen wir dann... Zur nächsten Folge... Ich bedanke mich... Oder... Warte mal... Machen wir jetzt ganz schnell noch... Ähm... 24... 9... Runden... Komm... So... Das war's dann... Ich bedanke mich für's Zuschauen... Und ich sage... Tschüss... Ciao... Und auf Wiedersehen... Bye... Und wenn's euch gefallen hat... Daumen nach oben...